Da gibt es auch noch was. Da gibt es auch noch was. Ich komme hier jetzt einfacher irgendwo hoch. Oh, ihr seid meiner nicht würdig. Oh, das ist auch noch was. Oh, das ist auch noch was. Komm aus deinem Versteck, du... Irgendwas. Oh... Jetzt können wir doch so rein. Wir müssen nicht mehr den ganzen Weg laufen. Oh, das ist auch noch was. Ach, wir können auch... Ne, können wir nicht. So geht's auch. Wir müssen nach oben. Nein, das ist unten. Oh, 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 das ist unten. Eben. Oh, das ist unten. Um... Oh, Tungar, ich habe vergessen, dass du hier bist! Ich bin ein Mann mit ein paar Wörtern, was kann ich sagen? Whatever es ist, lasst es raus! Nu? Was? Was kommt du denn? Ich bin ein Mann. Das Spiel ist richtig einfach geworden. Um... Ja, aber wir haben ihn nicht. Das war Geruda. Ich will fröhlich, das ist so cool. Du hast mich und Rasmi. Ich bin nicht ihre fröhliche, aber es ist gross. Ich liebe euch auch. Aber fröhliche Fröhliche, sie haben sich zusammen. Manchmal, aber manchmal nicht. Und jetzt werden wir dich bekommen. Ah, wir sind nur Freunde. Warum bist du wieder? Mein Vater. Oh, genau, genau. Okay, wenn es dich glücklich macht. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich bin glücklich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Möge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Hallo? Du wirst mir nicht erzählen, dass wenn Ashna versteinert ist, keiner sich mehr rühren kann. Was? Das war's für heute. Egal wer versteinert ist, kann sich keiner mehr bewegen dann. Egal jetzt? Nein! Verste, kämpflich nicht immer die Lösung. Ajna, die Worte eigentlich aus Ihrer Sprache? Ja, ich habe meine Gedanken gemacht. Wir verloren. Oh, es ist okay. Entschuldigung über dein Vater. Aber er war wirklich ein Kerr. Torani wirklich versucht ihn zu retten, aber er war zu weit weg. Wird Ashna gerade schlau? Wird Ashna gerade schlau? Tschüss! Tschüss! Nächster Halt! Garuda! Oh Gott! Machst du doch mal was richtig? Ach so richtig... Oh Gott! Aua Hä? Wie? Was? Warum? Hä? Egal Da wären wir wieder bei Geruda So you made it through my den of fighters the king of the weaklings is here to make me eat my words Is that it? Lion Rider would be ashamed of what you've become That old fool I have no use for masters so save your sob story Mara thought he was master to me And I crushed him under my foot like a bug Fine If all you respect is strength I'll show you which of us is stronger I'm feeling generous So I'll allow your little friends to join in Like you could have stopped us All aboard the pain train Okay Naga Riders Cannon So you got to grab your Tennessee posição Okay Let's go Put it怎么 Das war's für heute. Hohohohoho. Der war ein bisschen einfach. Na gut, wir sind mittlerweile auch ziemlich gut gelevelt, finde ich. Glaube ich nicht. Und was macht er jetzt? Einfach sich selbst gespringen, na super. Was soll das jetzt gebracht haben? Es ist alles gut. Das ist das Ende, das er sich selbst wählt. Naga-Rider! Er ist besser. Nicht der Mann, der er wurde. Ich fühle mich auch auf Kala. Diese Stadt ist in Problem, wenn es sich verletzt. Ja, wir müssen es sich verletzieren. Genau, also nehmen meine Hand. Was? Use meine E.D. Ich bin voll von diesen Sachen jetzt. Wir können das tun, zusammen! Wir sind zusammen! Ich kann dich nicht verletzieren. Ich kann dich nicht verletzieren. Ich kann dich nicht verletzieren. Ich kann mich nicht verletzieren. Oh, Luxau. Wie hast du gewonnen. Du bist richtig. Wir sind stärker zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Ich kann dich verletzieren. Ich kann dich nicht verletzieren. Ich kann dich verletzieren. Wir können sie verletzieren. Wir können sie verletzieren. Ich kann es fühlen. Diese Zeit wird anders. Und ich komme auch. Ich komme. Die Leute hier brauchen dich? Sie haben bereits zu helfen. Sie haben bereits zu helfen. Und zu wiederholfen. Diese Stadt wird gut sein. Für eine kurze Zeit. Ich werde dich verletzieren. Kala. Und machen meine Rückkehr. Und so, ich bin hier. Wir nehmen alle Hilfe, die wir bekommen können. Auch wenn es von einem großen Soziopathen ist. Ja, Nog-Rider! Ich sehe, wir haben einen Rider in Training zwischen uns. Du hast den wilden Schnitt gelernt. Und... Um... Ich habe mein Bestes gemacht. Wir können nicht erwarten, dass wir alle Probleme in der Welt verletzieren. Aber ich denke, dass jeder Ort, die wir besuchen, ist etwas besser als früher. Au moins, ich muss mich nicht überraschieren, dass sie sich verletzieren, bevor wir sehen Kala. Du hast gut gemacht, Ajna. Wir haben die Leute von Tachkong-City aus ein Schmerz. Für das haben Sie meine Dank. Und die Serpentin und Tzitzi sind wieder froh. Und ich denke, dass Merrick endlich helfen, um das Iron Kingdom zu machen, ein Ort zu leben. Und ich bin bereit, um zu sterben, in einer gläubigen Krieg zu sterben. Ja. Und ich? Sie? Sie zwei mich verletzieren. Äh, wir können gewinnen. Du wirst niemals wissen. Mit allen von mir bei meiner Seite, ich glaube, dass du das machst. Jetzt ist es Zeit, um zu gehen. Schau! Schau! Es ist Zeit, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Karte? Da ist jemand. Da müssen wir hin. Ähm. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Bevor wir nach Lan aufbrechen. brechen hey kann ich da nicht lang warum nicht so 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 okay so 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 Nein! Ah! Ich muss aber mal auf Toilette